Hallo, mein Name ist Tanja. Ich bin Trainerin im CatFit Team. Der LX7, das neue Flaggschiff unter den Cat Lacrosse Trainern, besticht nicht nur durch seine tolle Optik, sondern auch durch seine hochpräzise Technik. Und bevor Holly jetzt das Training beginnen kann, stellen wir erst einmal ihre richtige Schrittlänge ein. Okay, vielleicht kann uns Holly jetzt den LX7 einmal in Aktion zeigen. Bei diesem Crosstrainer hast du ein hocheffektives Ganzkörpertraining und dadurch auch einen viel höheren Kalorienverbrauch als beispielsweise beim Radeln oder Walken. Und wenn du dann auch noch aktiv die Arme und den Oberkörper mitnimmst, hast du nicht nur ein Cardiotraining, sondern auch ein effektives Bodystyling. Die 22 Kilo Schwungmasse ermöglichen ein effektives gelenkschonendes Training und ein Höchstmaß an Rundlauf. In den beweglichen Handgriffen befinden sich die Handpulssensoren. So musst du bei der Handpulsmessung deine optimale Trainingsposition gar nicht mehr verlassen. Eine weitere Besonderheit ist die dreistufige Schrittlängenveränderung. Diese bietet unterschiedlich großen Nutzern immer eine optimale elliptische Bewegung beim Training. Der Computer mit Farbdisplay bietet einen integrierten Personal Trainer in Form eines IPN-Tests und Trainingskalenders, sodass eine sichere und zielorientierte Trainingssteuerung und Überwachung jederzeit möglich ist. Als nächstes demonstrieren wir euch, wie einfach es ist, diesen Crosstrainer platzsparend zusammenzuklappen. Dafür müssen wir diese beiden Markierungen übereinander bringen. Und wenn die beiden Markierungen übereinander stehen, können wir die Feststellbremse betätigen.